Neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten und es ging darum, ob man Hunger nach Gott haben kann. Und mein Gesprächspartner sagte dann ganz aufgebracht, also hör mal, den Hunger nach Gott, den kann man sich doch nicht machen. Entweder hat man Hunger oder man hat keinen Hunger. Über diesen Satz habe ich lange nachgedacht und mir fiel ein, wie ist das eigentlich im Natürlichen, wann haben wir denn Hunger? Hunger haben wir dann, wenn wir über eine längere Distanz nichts zu uns genommen haben an Essen. Keinen Hunger haben wir dann, wenn wir immer wieder kleine Häppchen naschen, wenn wir Schokolade essen, wenn wir uns mit kleinen Häppchen so zwischendurch abfüllen. Im Geistlichen ist das auch so. Wir haben keinen Hunger, wenn wir uns ständig mit irgendwelchen Informationen, Nachrichten, mit irgendetwas abfüllen und nehmen nicht die eigentlich gesunde Nahrung für unseren inneren Menschen zu uns. Wir ernähren unseren inneren Menschen nicht gut, wenn wir diese Nahrung aus dem Wort Gottes nicht zu uns nehmen, sondern immer wieder nach anderen Ersatzdingen suchen. Ich spreche mit ganz vielen Menschen, die sagen, ach, Bibel lesen, das ist so schwierig und ich verstehe das eigentlich gar nicht und das ist ja auch so langweilig. Ich mache lieber was anderes. Das ist nicht das, das unseren inneren Menschen ernährt, dass wir wirklich gesättigt sind in uns. Sättigen kann uns nur das Wort Gottes. Es kann uns nur Kraft geben für den inneren Menschen, wenn wir es auch aufnehmen. Ich habe in der Apostelgeschichte eine ganz interessante Situation gelesen, die uns dort beschrieben wird, wo ein Mann zu Paulus kommt und dort lesen wir, Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte das Wort Gottes zu hören. Dieser Mann begehrte das Wort Gottes zu hören. Er hatte ein Empfinden in sich, was ihn dazu getrieben hat, etwas mehr über dieses Wort Gottes zu hören. Ich möchte dir einfach wieder neu Geschmack machen auf das Wort Gottes, dass du ganz neu deine Bibel nimmst und liest. Ich schätze und liebe die Bibel. Ich liebe sie, weil es das Wort Gottes ist und ich weiß, dass es meinem inneren Menschen Kraft und Stärke und Zuspruch und Ermutigung an jedem Tag ist. Er begehrte das Wort Gottes zu hören. Das ist der Impuls für heute. Und ich weiß, Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!